Untertitelung des ZDF, 2020 Hey, ich habe gerade mit deinem Arzt gesprochen. Du wirst leider sterben. Es sei denn, du trinkst Overcharge. Und zwar sofort. Hey, Scabs, hier komme ich. Schifflos. Oh, no. 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 Erwischt! Okay, Zeit im Panikraum nachzusehen. Hoffentlich ist da kein schräger Sexkram drin. Die letzten Worte von Max' Eltern, finden wir es raus. Sicherheit beeinträchtigt. Oh, scheiße. Untertitelung des ZDF, 2020